Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Let's Play Oblivion. Ja, in der letzten Folge haben wir ja noch gesehen, wie dieser eine Typ, ich weiß nicht mehr wie er hieß, getötet wurde, den wir holen sollten von seiner Frau aus. Und dann sind wir zur Frau gegangen, wollten die Quest erledigt haben und sowas halt. Aber aus irgendeinem Grund war sie immer noch nicht erledigt und deswegen möchte ich nochmal zurück zur Insel. Mal gucken. Na, mal aufzuruckeln. So, ich habe nochmal den Ton ein bisschen angepasst. Ich habe jetzt gerade irgendwie das Gefühl, dass er zu leise ist, weil ich fast gar nichts höre. So, rein da und... Boot benutzen. Ja, okay. Hm. Man könnte ja eigentlich auch mal so Themen anschneiden im Let's Play, wie zum Beispiel andere Spiele oder so. Ich habe ja auch... Ach, wir sind schon da. Ich habe ja auch ein paar Spielezeitungen hier gerade so parat, mit denen ich, ja, aus denen ich mein Wissen überspiegelt ziehe. Herunterlade quasi. Hihihi. Loche. Ne, toll. Soll ich damit jetzt machen? Würde ich gerne mitnehmen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das nicht... Ich will den mitnehmen. Okay, ähm, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir diese Questen nicht beenden können. Hm. Ja, das haben wir ja gemacht. Wir haben ja die Tür hier geöffnet, da hinten. Mit dem Schlüssel. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade leise war. Ich habe gerade nochmal alles durchgelesen. Hm. So. Hier muss man doch rein. Ist das Tor jetzt zu? Oder auf? Immer noch. Tor zu. Okay. Hm. Eigenartig. Tür zu. Das zieht. Ist ja auch Quatsch. Naja. Wieder offen. Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir jetzt ein bisschen Probleme haben, hier die Quest zu beenden. Und dass es nicht funktionieren wird. Schade eigentlich. Na. Ich würde ja auch gerne, ähm, mal FIFA Let's Playen. Ich weiß nicht, wenn FIFA 13 draußen ist. Dass ich dann einfach mal so hier den, äh, erstmal den Beer Pro Modus, äh, Modus, den Beer Pro Modus spiele. Und, ja, nachher dann vielleicht nochmal mit einem Kumpel zusammen gerne auch eine Saison oder zwei. Warte mal, ich gucke mal gerade hier. So, was haben wir denn hier für schöne Themen? Haben wir was zu FIFA? Ja, haben wir tatsächlich. Ja, hier soll einige neue Fortschritte geben, ähm, bei FIFA. Aber das machen sie eigentlich fast jedes Jahr. Letztes Jahr ja die Steuerung. Ähm. Ja, sowas wie Lauf, äh, Bewegungen der Spieler lassen sich besser, äh, kontrollieren oder sowas. Hm. Ja, was ich ja ganz gut finde, ist, dass man zum Beispiel, äh, ja, man wird Spieler aus der Mauer rausholen und rein, also mehr Spieler aus der Mauer raus oder rein tun können. Das ging ja bis jetzt nicht. Man hatte immer eine festgegebene Anzahl. Also, je nachdem, wie weit der Freistoß vor dem Tor war, ja, das soll auf jeden Fall geändert werden. So, was können wir denn nochmal? Wir wollen natürlich Waffen verkaufen. Ich mache mal gerade in meinem Kopfhörer ein bisschen lauter. So, dafür müssen wir warten. Wir haben schon 4 Uhr am Morgen, warten wir mal bis 8 Uhr, beziehungsweise Viertel vor 9. Hm. Aber ist ja auch egal. Ich weiß gar nicht, soll man mal so neue, so, na, jetzt natürlich wieder hier am Stottern. Soll man mal so, äh, irgendwelche Themen im Let's Play anschneiden zu anderen Spielen oder soll man sich mehr aufs Spiel, nur auf das Spiel konzentrieren, dazu was erzählen, obwohl ich dazu ja gar nicht so viel erzählen kann mehr. Also, ich kann schon was dazu erzählen, aber jetzt nicht alles. Hier könnt ihr immer ein gutes Geschäft machen. Hm. Hoffe ich doch. Ich bin Nilavin. Was kann ich euch bringen? Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Sirodil. Ich habe die besten Waren zu den höchsten Preisen. Und das nimmst du gefälligst. Huh. So weit habe ich doch gar nicht geklickt. Mal gucken, ob wir uns für 60, glaube ich, aber nicht. Zum Beispiel den Zwergenstreitkolben. Ein gutes Geschäft. Oh, nett, 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 nett. Machen wir mal 70, aber ich glaube nicht, dass er das machen wird. Zwergenpfeile. Ne, die will ich sowieso behalten. Ich gebe doch nicht mal eine Zwergenpfeile ab. Ähm. Den Silberclaimer brauchen wir sowieso nicht. Äh, nickt. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft. Ja, gut. War überteilt. Ich weiß es selber. 65. Mal gucken. Ihr glaubt doch nicht ernst. Ja, wiederhole ich mich. So, jetzt. Ihr wollt mich wohl im Arm... Im Arm nehmen? Hm. Also sie hat das so gesagt. Ne, Armenhaus. Sie wollte im Armenhaus sagen. Wenn man sich das hier mal anguckt. Den Feineisenbogen. Äh, der hat genau die gleiche Angriffskraft. Und ist wesentlich leichter und wertloser. Also können wir hier den Zwergenbogen doch verkaufen. Weil er letztendlich nicht so einen großen Unterschied macht. Was haben wir denn hier alles? Warte mal, was bringen die überhaupt alles? Ach, komm. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Ja. Mir egal. Ähm. Brauchen wir alles nicht. Das sind alles so Sachen. Meines Ganzen hätten wir so Schnelligkeit. Aber dafür bieten die zu wenig Schutz. Und obwohl doch die mit der Schnelligkeit... Doch, das lasse ich mal. Schnelligkeit ist gut. Trank des Lebens. Den behalten wir auf jeden Fall. Stärke absorbieren. Was für denn noch was, was wir gebrauchen könnten? Ja, jetzt hier kosten sie so viel. Ne? Haben wir gerade verkauft für 400. Und jetzt für 1100 anbieten. Ja, ja, ja. Er tut uns bald wieder. Das sind Händler, Leute. Ja, wir beenden euch bald wieder. Hier müssen wir ja mal irgendwas Spannendes in der Folge machen. Aber jetzt erstmal heißt es zumindest für mich, dass ich hier jetzt ein bisschen was verkaufen soll noch. Wie viel Geld haben wir jetzt? Hier müssen wir ja schon ordentlich haben. Denn ich möchte ja immer noch... Ja, noch nicht ausreichend. Ich möchte ja immer noch das schöne Haus hier kaufen. Ich hoffe überhaupt, dass es so schön ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das so ein Dreckschuppen. Wie in der Kaiserstadt, beziehungsweise im Hafenbezirk der Kaiserstadt. Hm, man weiß ja nie. Ja, ja. So. Hm, hm, hm. Oder wollte ich lieber Pro Evolution Soccer 2013 kaufen? Mal sehen. Oder FIFA. Also jetzt zum FIFA-Thema, das ist jetzt noch aus dem Zusammenhang gerade... ...gerissen. Sorry dafür. Aber ja. Rotes Seidengewand. Die haben wir alle schon durchsucht, ne? Ich fange hier mit einem Thema an. Rät dann wieder 10 Stunden lang was anderes. Und auf einmal fange ich wieder mit dem Thema an. Ui, so ein Zwergenkrieg. Sag mal, wie viel Schaden hat er gemacht? Nur 4. Sieht aber schon... Aua, aua, ne? Awww. Game, Hame. Naja, okay, das sieht anders aus. Ja. Game. Hm, 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 hm. Hame, hm. Tut mir leid, ich kann's nicht. Ich weiß. Was war hier denn noch? Eisen... Rostiges Eisen... Nee. Eisenpfeil. Wie soll ich... Also ich frag mich immer noch, wie ich den Typen hier mit nach Hause bringen soll. Zu der Frau. Wenn er doch tot ist. Und... Das ist er doch eindeutig. Oder lebt er noch? Äh, das war jetzt eklig. Fand ich. Guck mal, kann ich denn mit Fußball spielen? Nee, kann ich nicht. Oh, schade. Laufen wir nochmal hier. Wir werden echt langsam durch den, ne? Durch den Kriegshammer. Das wäre ein Kurs schwer. Das ist doch was. Zack, 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 zack. Damit können wir auch schön schnell hauen. Und blocken, ganz schnell. Zack, blocken, 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 blocken. Habe ich jetzt nur das Gefühl, oder geht das mir jetzt verdammt schnell? Wir schlagen und blocken. So. Und die Schussel hat mir schon wieder keinen Timer gestellt. Aber ich denke mal, dass ich ein bisschen besser hinkriegen werde als letztes Mal. Wahrscheinlich habe ich jetzt sogar schon die ersten... Habe ich schon... Über 10 Minuten habe ich das... Äh, ja, über 10 Minuten habe ich wahrscheinlich schon... Oder ich feile jetzt wieder total. So, wir wollen ja hier lieber verkaufen, in dem Haus da hinten. Weil die uns das so teuer abkauft. Hüpfen über dich drüber. Nee, mit Bettlern habe ich es mittlerweile hier nicht so auf dem Spiel. Die wollen nur Geld und Nerven. Schönen Tag. So. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Du darfst mir gar nichts anbieten. Ich möchte lieber was anbieten. Das ist eigentlich... Stopp. Gut. Wollen wir noch mal kurz gucken, ob wir denn immer noch hier gefeilscht haben. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Hm. Die Zwergenstiefel machen drei. Ich weiß, eure Kunden... Und... Lebt wohl? Äh, ja. Nicht warten, sondern... Andere Schuhe anziehen, bitte. Mal gucken, ob wir jetzt wirklich schneller sind. Hui. Ja, doch. Okay, ne? Sind wir doch ein bisschen schneller. So, und ich werde jetzt den Cut setzen. Gleich. Wenn ich mal schnell in eine andere Stadt reise. Wo will ich denn hin? Ja, da gehen wir doch mal hin. Und zwar zum Westor. Damit sage ich nochmal, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, herzlich willkommen zu Let's Play Oblivion. Und dann ist es sogar schon die 40. Folge. Und ich will ja sagen, 40 Folgen. Ich meine, das ist ja schon was. Oder nicht? Naja, gut. Ich meine, wenn man sich Gronx 600 Minecraft folgen. Mittlerweile schon, glaube ich, 600 irgendwas 80. Keine Ahnung. Oder 90. Ne, 600 irgendwas 80, ne? Ne, 694. Ähm. Also zumindest an dem Tag, an dem ich jetzt hier gerade sitze und aufnehme. Ja, okay. Entschuldigung, ich labere zu viel, bevor ich beenden will. Ich sage doch nochmal, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.